Ihr kennt doch bestimmt alle diesen Boot. Und ganz bestimmt auch diesen Boot. Und ich wette, dass ihr auch diesen Boot kennt. Aber kennt ihr auch diesen Boot? Nein? Dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Und damit, jo Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu, ja, dem besten Boot-Video wahrscheinlich hier auf YouTube. Ich hab wirklich mies recherchiert. Ich habe mies recherchiert. Ich hab die besten Boots rausgesucht, die man sich meiner Meinung nach dieses Jahr kaufen kann. Ich hab das Ganze letztes Jahr auch schon mal gemacht. Also nach dem Video schaut euch das gerne an. Denn da sind auch noch einige gute Empfehlungen dabei. Es gibt dieses Jahr aber wirklich einige neue Sachen. Und die musste ich einfach in dieses Video mit reinnehmen. Und es sind einige Sachen dabei, die sind wirklich crazy. Wir haben Boots dabei, die unter 50. Welche, die über 500 kosten. Wir müssen jetzt wirklich mal reingehen und anfangen. Jetzt fragt ihr euch, warum sitzt du jetzt hier mit einer Winterjacke? Naja, ich verlose aktuell einen 200-Euro-Gutschein für eine Winterjacke für einen von euch. Ihr müsst eigentlich nur das machen, was hier drüben steht. Und dann nehmt ihr automatisch teil. Also wann ich das Ganze auslose, seht ihr ja auch hier. Gutschein deshalb, damit ihr euch auch genau die aussuchen könnt, die ihr haben wollt. Also wenn du für diesen Winter safe eine Winterjacke haben möchtest, dann mach das doch, ja. Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Video. Womit fangen wir an? Ein sehr berühmter Mann hat mal gesagt, Mach euch mal die Basics. Also machen wir das. Ihr werdet ihn alle kennen. Wer ihn nicht kennt, der hat wirklich irgendwie die letzten 3-4 Jahre geschlafen. Keine Ahnung. Wer hätte es gedacht, der Yeezy Desert Boot. Und wie ihr sehen könnt, ich hab den wirklich in allen 3 Farben. Es gibt glaube ich noch einen Colorway, aber ich hab halt hier so die 3 besten in meinen Augen. Für mich der beste Colorway ist immer noch der Rock. Danach kommt ganz klar der Oil Colorway, weil der ein bisschen dunkler ist. Den kann man nochmal auf mehr Sachen tragen. Und dann der Salt, der halt wirklich eher so auf hellere Sachen passt. Gerade auf hellere Jeans. Und den ich jetzt nicht so oft tragen würde, aber der halt wirklich dann krass heraussticht. Also Yeezy Desert Boot darf nicht fehlen. Timberlands sind genauso basic, gehören in dieses Video rein. Collabos wie mit Stussy und Supreme sind auch dieses Jahr wirklich sehr populär geworden. Gefallen mir beide persönlich, aber eher nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder der Veneta Carter, der auch dieses Jahr auf jeden Fall ziemlich populär geworden ist. Es kam jetzt aber eine Puff-Version raus, also eine Version mit so einem Puffy-Leder. Und da muss ich sagen, den finde ich irgendwie sehr cool. Von hinten sieht der irgendwie ein bisschen komisch aus, also gefällt mir nicht ganz so. Aber ich glaube so die Optik mit einer sehr weiten Hose könnte der sehr cool aussehen. Es ist wirklich so ein Timberland auf Steroiden gefühlt, also der ist halt wirklich richtig Puffy. Und dadurch, dass er noch relativ neu ist, habe ich ihn persönlich noch nie irgendwo und auch noch nie bei irgendwem gesehen. Also ihr merkt, ich habe wirklich gut recherchiert. Glaubt es mir, wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Es gibt natürlich zu diesem normalen Timberland ultra viele Alternativen von Brands, wie zum Beispiel Pull&Bear, wo man nur 50, 60, 70 Euro zahlt. Ich persönlich würde halt immer das Original kaufen, aber das ist jedem selbst überlassen. Wenn wir schon beim Thema günstige Boots sind, würde ich auch sagen, den müssen wir mit reinnehmen. Nämlich der Branded Tactical Boot. Da gibt es so zwei Varianten. Eine Version, die letztes Jahr wirklich sehr oft gesehen wurde und dann jetzt eine Version, die seit diesem Jahr, glaube ich, erst existiert. Ich finde die zweite Version auf jeden Fall viel besser. Sieht nochmal mehr nach so einem Military Boot aus und auch das Material, dass es eben so ein Rauleder ist, steht im Schuh sehr gut. Und den bekommt ihr halt so für um die 50 Euro. Also falsch machen kann man damit nichts. Und der geht am ehesten so, wie gesagt, in diese Military Boot Richtung, gerade was auch die ganzen Yeezys angeht. Thema Yeezy können wir auch gleich vervollständigen, denn da gibt es noch so einige Boots, die ich sogar mit dem Desert Boot auf eine Ebene stellen würde. Vielleicht sogar ein bisschen besser finde. Zum einen der 950er. Dann natürlich der Insulated Boot, den ich, glaube ich, aber aktuell nicht mehr tragen würde. Oder der Knit Runner Boot, den ich auch schwierig irgendwie zu tragen sehe. Der Yeezy Military Boot gefällt mir da wieder umso besser. Aber auch, wie gesagt, alle ultra teuer und muss man halt wissen, ob es einem das wert ist. Kommen wir dann auf jeden Fall zu einem meiner Favoriten, denn diesen Boot trage ich wirklich jetzt schon über ein Jahr. Das wäre nämlich der Eco Roy 7000 Street Ace Boot. Und der Schuh ist wirklich crazy. Ihr könnt ja sehen, der Schuh ist halt wirklich sehr speziell, auch sehr hoch vor allem. Und die Sohle ist auch ziemlich klobig. Und was ich bei dem Schuh sehr, sehr nice finde, der ist halt wirklich von ihm komplett aus Leder. Und ich finde den so gut, dass ich mir auf jeden Fall noch einen Colorway holen möchte. Wahrscheinlich den schwarzen oder diesen hellgrauen. Ich blende euch da nochmal ein paar Fotos ein, wie das Ganze so am Fuß aussieht. Aber so rein von der Silhouette, von der Form, von der ganzen Machart, ist das wirklich, glaube ich, mit mein Favorite. Es gibt von der Colab jetzt noch ein zweites Modell. Der gefällt mir nicht so gut wie jetzt der Street Ace, aber Offroad heißt der. Sieht auch interessant aus. Gibt es auch in coolen Colorways. Also checkt die gerne mal ab. Oakley. Die Marke ist einigen von euch bestimmt auch ein Begriff, was Boots angeht. Denn auch letztes und dieses Jahr, also Anfang des Jahres, gab es ja diesen Oakley Vertex Boot. Also den Namen habe ich jetzt schon so aufgehört, den kann ich auch auswendig. Es gibt jetzt aber neun, nämlich der Oakley Meridian Boot. Und der sieht auch mal so ein bisschen futuristischer aus, ein bisschen dynamischer und hat oben auch so eine kleine Schnalle, die ich echt cool finde. Gibt es auch in mehreren Colorways, aber gerade dieser Sand Colorway ist halt wieder sehr ähnlich zum Desert Boot. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann gab es letztes Jahr auch schon diesen Trend von diesem, ich weiß gar nicht, wie ich es ihn nennen soll. Ich blende euch jetzt mal das Modell ein, was ich meine. Nämlich gibt es da so eine Brand, die heißt Diem. Unter anderem das Cornero Modell. Dann gibt es auch das Everest Modell und dann den Rochia Vets oder Rochia Vets Sports. Die unterscheiden sich glaube ich nur so ein bisschen durch die Materialien. Dann gibt es auch noch eine Low Version. Ihr checkt schon die Optik. Wir haben halt diese großen Schnallen in Silber meistens und dann diese typische sehr runde Form. Die Brand ist allgemein sehr teuer. Ich glaube die kosten teilweise alle um die 400, 500 Euro. Würde ich auch nicht ausgeben, aber dachte ich, sollte ich mit erwähnen. Es gibt aber auch da mittlerweile echt günstigere Alternativen. Also ich werde euch da auch mal ein paar mit einblenden. Also man muss jetzt nicht unbedingt 400, 500 Euro ausgeben, um diesen Look kreieren zu können. Ein sehr krasser Boot von der Firma PDF Channel ist dieser hier, nämlich der PDF Channel Boot. Ja, was soll ich dazu sagen? Der ist halt wirklich crazy. Gerade in schwarz mit diesem Puffy Muster. Also habe ich so noch nie gesehen. Oder auch in diesem Camo Look. Also völlig verrückt. Genauso verrückt ist aber auch der Preis. Also die kosten ja alle über 500 Euro. Aber so für einen einzigartigen Look ist der auf jeden Fall, ja, also ich glaube was besseres findet man nicht. Dann habe ich auch mal bei Moonboot vorbeigeschaut. Einfach mal geguckt, ob die irgendwas Neues haben. Und ja, haben sie. Nämlich zum einen den Luna Low. Und ich muss sagen, ich fand den Schuh wirklich sehr, sehr clean von der Machart. Auch von den Materialien. Das ist vorne alles so eine Velourleder. Und diese Sohle zusammen mit dieser, ja, Kappe hinten dran. Das sieht schon sehr clean aus. Es gibt davon aber auch noch eine Track-Version, die dann wieder ein bisschen mehr so in die Hiking-Richtung geht. Gefällt mir sogar in dem Fall aber ein bisschen besser. Und auch der ganze Shape vom Schuh gefällt mir diesmal einfach, ja, ziemlich gut. Also den würde ich sogar selber tragen. Dann eine sehr kritische Brand. AK. Dieser Hybrid-Boot war ja letztes Jahr schon so ein bisschen im Thema. Ich kann mich dran erinnern. Es gab so einen mit so einer orangenen Sohle. Dieses Jahr ist die Sohle halt blau. Bisschen wie dieser eine Yeezy Desert-Boot. Aber ich finde den immer noch nicht cool. Also ich habe den bei anderen gesehen. Ich habe den auf Fotos gesehen. Ich selber würde den nicht tragen. Es ist nicht meins. Aber ich kann mir vorstellen, dass der auf jeden Fall trotzdem vielen gefallen wird. Ich dachte, bei Nike kann man auch mal vorbeischauen. Denn es gibt auch von Nike so ein Modell, was auch relativ verbreitet gerade ist. Also sieht man öfter. Nämlich der ACG Tormitt. Ich muss sagen, auf manchen Outfits hat er mir auch ziemlich gut gefallen. Ich selber tragen würde den aber, glaube ich, auch nicht. Colorways sagen mir auch nicht so zu. Aber vom Preis her ist er dann doch relativ günstig. So dass ich sagen würde, ey, wenn man nur ein gewisses Budget hat und diesen Stil feiert, dann ist der vielleicht sogar genau richtig. Letztes Jahr habe ich auch schon den Sakai Magmascape empfohlen. Ich finde den auch immer noch cool. Aber den muss man halt richtig kombinieren. Und das letzte Modell von Nike, was ich gefunden habe, was ich cool fand, war dieser Luna Force. Aber auch nur in einem Colorway, weil der Colorway ziemlich dunkel war und vorne auch dieses strukturierte Muster drauf hat. Fand ich ganz cool. Aber ansonsten muss ich sagen, hat Nike, was Boots angeht, echt nicht so viel im Sortiment. Der größte Konkurrent von Nike, Adidas. Tatsächlich aber auch nicht. Denn das einzige wirklich coole, was ich vielleicht tragen würde, ist diese neue Fear of God Collab. Auf dem Adidas Athletics Los Angeles. In diesem, ja, beigen Colorway. Es gibt aber auch einen schwarzen. Ich finde den beigen cooler. Aber irgendwie haut er mich auch nicht um. Eine Brand, bei der ich noch nie was gekauft habe und wahrscheinlich auch nie was kaufen werde. Allein nach dieser Background Story, viele vergessen das ja, aber Balenciaga. Obwohl ich teilweise die Boots wirklich cool finde. Und ich sie auch mit reinnehmen wollte, weil ich weiß, dass sehr viele Balenciaga immer noch feiern. Zum einen haben wir da eben diesen Combat Strike Boot, den es wirklich in, ja, vielen Colorways auch gibt. Sehr random. Es gibt zudem sogar eine Bershka-Alternative, habe ich vorne herausgefunden. Also der ist halt von der Optik wirklich fast das Gleiche. Kostet halt nur nicht um die 1000 Euro. Diesen Steroid-Stiefel finde ich bei anderen auch cool. Ich habe aber auch gehört, dass der unfassbar bequem sein, nee, unbequem sein soll. Also richtig unbequem. Also gar nicht das gar unbequem. Jetzt kleine Premiere. Das ist das erste Mal, dass ich diese Brands mit irgendwo erwähne. Nämlich Rick Owens. Und hier haben wir eine Colette mit Converse. Und in diesem Creme-Beigen-Colorway gefällt der mir eigentlich echt ganz gut. Also man erkennt so leichte Rick Owens-Vibes. Gerade diese hohe Zunge ist natürlich so ein typisches Merkmal. Aber der ist schön chunky. Der ist klobig und sieht für einen Boot wie ich. Ich finde echt cool aus und gleich jetzt auch nicht irgendeinem anderen Boot, den wir jetzt in diesem Video mit hatten. Und ist auch gerade runtergesetzt auf 140 Euro. Also den finde ich wirklich cool. Doc Martens, auch so ein Thema. Ich habe den auch schon letztes Jahr vorgestellt. Und ich habe gesehen, der ist im Sale. Der Burry Nylon. Und ich weiß auch nicht warum, aber den hat jetzt auch noch nie wirklich jemand genannt. Und ich muss sagen, für den Preis ist der wirklich cool. Also gerade auch in dem Colorway kann man auch sehr viele Sachen tragen. Es gibt dann auch noch so eine Kategorie von Boots, die so ein bisschen so wie Schneeschuhe aussehen. Also auch so puffig sind. Und eher so ein, ja ich sag mal, nicht Ledermaterial, sondern Stoffmaterial haben. Also da gibt es so einige Modelle. Von Crocs zum Beispiel auch einen. Also ich kann euch den mal einblenden. Es gibt von Suikoke so ein Modell. Und dann eben auch von Axel Arigato. Nämlich den Blythe oder auch den Puffer Blythe. Und vor allem der Puffer Blythe ist so in diesem Segment, der mir am besten gefällt. Also den könnte ich mir am ehesten vorstellen zu tragen. Gerade in diesem schwarzen Colorway gefällt der mir wirklich ziemlich gut. Ja Freunde, das wären auf jeden Fall so meine ganzen Empfehlungen gewesen, was Boots angeht. Wenn was für euch dabei war, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare, welchen Boot ihr dieses Jahr tragt oder welchen ihr euch noch kaufen wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich meine, das kostet euch wirklich nur eine Sekunde. Würde mich supporten. Ansonsten haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.